Filmt ihr schon? Hallo! Herzlich Willkommen bei Designier Noland 2.0. Ich bin die Claudia und eigentlich gehöre ich eher hinter die Kamera. Aber ich bin jetzt gerade dabei, die Helmschale für unseren Airbrowser, den Steven, anzuschleifen. Der Steven wird euch nämlich in den nächsten Clips mit ganz einfachen Handgriffen erklären, wie man seinen eigenen Helm individuell und ziemlich cool gestalten kann. Deshalb muss ich jetzt hier noch fleißig weiter schrubben. Und dann geht der Helm zur Abnahme zum Steven. Und dann kann es auch schon losgehen. Also viel Spaß!